so einen kleinen steg bauen hätte können wie sie es halt im zweiten weltkrieg zum beispiel gehabt haben diese im zweiten weltkrieg mit diese diese u-boot bunker und dass man da halt dann so ein steg hinbauen hätte können quasi dann halt dann abtauchen und raus aus der wille also karte server ist wieder da ist es sollte wieder funktionieren alles hatte nicht mehr gesehen ja bitte was hat gesagt ich habe den gerade nicht mehr gesehen ach so naja wir haben ja wie startet so die stimme kommt dir bekannt vor vor wem von kattel ist leicht möglich ja So, dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Einloggen bescheitert. Ja, dann fehlt aber bei dir noch irgendwas. Oder vielleicht Steam nochmal neu starten. Hä? Steam eventuell nochmal neu starten. Hab ich doch gerade. Also ich bin einmal frei auf den Server gekommen. Mein Gott ey. Also ohne Probleme. Keine Zicken. Hier liegt totes Fleisch am Boden rum. So. Mino. Alle Steinzeitmenschen in den Höhlen. Ja, irgendwie schon. Das bekomme ich von dir persönlich einen Popo voll. Oh ne, lass mal das Thema Popo. Das war heute schon mal ein Thema. Wer sagt das? Ja. Tienchen sagt dir gegen Popo voll, wenn ich auf dich nicht aufpasse. Oh, 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 oh. Ja, da würde ich vorsichtig sein. Ach, Tienchen kennst du mich doch. Ich verfütter sie einfach an die Haie und das passt schon. Bei Tienchen und mir heißt die Devise, Frauen halten zusammen. Aha, aha, aha. Ich glaube, ich baue hier gleich mal einen Ausbruchsicht nen Knast. Nächstes Bauprojekt. Knast für die Frauen. Falls sie zu frech werden. Damit die Mädels gleich in ihre Schranken gef... Äh, warte, 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 warte. Was? Gefallen tun? Äh, Gefallen, die sind sau teuer. Das kannst du dir gar nicht leisten, hä. Ey, ey. Ich komm drauf. Ey, 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 was? Ich komm drauf. Ach, nö. Ja. Ach, nö. Ja. Ach, nö. Dann nicht, dann geh ich wieder. Nö. Auch nicht. Nö. Und was denn dann? Äh, keine Ahnung. Bauamt hab ich nicht. Jo, Winkers. Tschau, Zockerl. Danke für das Vorbeigucken. Und anständig bleiben und sowas, ja, und so, hin und her. So, jetzt muss ich erstmal hier Tiere töten. Wo sind sie? Wo sind diese Drextiere? Äh, bist du Viking Bay 1? Äh, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Denke mal, ne? Ja, könnt ihr hingehen. Also, wir sind so, 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 im Wald weit weg und so. Guck doch in der, äh, guck doch im Inventar, was steht das doch drinne? Äh, echt? Ach du Scheiße. Nee. Hm, ich muss hier abhauen, ich muss hier abhauen. Gleich ist vor und steht ein Anus vor mir. Hol mich ab, hol mich ab. Ich will nicht sterben. Doch! Stirb, stirb! Ich bin ein Finger mein Leben. Hol mich ab. Hm, 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 hm. Aber da unten sind, au, sind ein paar Leute. Digger, Digger wär zum Beispiel da unten. Also, ich bin da schon ein Stück weit weg vom, vorm Strand. Ich glaube, ich komme irgendwie nicht mehr hier raus. Ich bin festgepackt. Wie festgepackt? Ja, ich komme bei den Steinen nicht mehr raus. Ich sitze gerade zwischen zwei Steinen. Okay. Das ist halt die Frage, wo? Die Bay ist groß. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Ah, da ist der Alu. Ich glaube, ich weiß, wo du ungefähr bist. Da hat sich einer eine Hütte da direkt an den Felsen gebaut. Das ist aber keine Hütte, das ist eine Fangbox. Ja, ich bin eben eine Fangbox. Die auf Stein meinst du? Ach, und da ist ein Säbelzammtiger auch gleich noch. Also, ich bin jetzt genau über dem... Über dem... Ja. Ach, da bist du. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Wenn du da jetzt runter guckst, ne? Hier runter guckst. Ja, ja. So, da ist ein Wasserfall, da ist so ein Skelett, ne? Ja, weiß ich. Da war ich jetzt schon drinnen. Ja, da ist auch eine schöne Höhle. Da... In so einer Höhle, äh... Und der hat ihr Teamchen gebaut. Ja, mit Black Exodia. Ich weiß. Meinem Kumpel. Weil... Ja. Und die beiden sind nicht zusammen. Ich hab nochmal nachgefragt. So. Ja, siehst du, wir haben eine intelligente Tür. Die sagt, du kommst hier nicht rein. Ähm, ja. Ich bin auch nicht bei dir im Zweifel. Ja, ja. Nicht angreifen, Rex. Bleib still. Guck mich nicht so an. Ich bin kein Flass. Ich bin kein Flass. Rex, Fass. Rex, Fass. Nein. Was denn? Was soll er mit so einem Zahnstocher anfangen? Ey. Hä? Das... Das war die Begrüßungspakt. Gerade zu meinen. Genau, das war die Begrüßungswatschen. Hahaha. Ey. Ich hab das noch nicht so viel wie ihr. Ja, eben. Kippst du gleich um wegen Bewusstlosigkeit? Ja, ja. Ey. So, wohin führe ich sie? Ach, jetzt flackt sie. Jetzt flackt sie da unten. Hahaha. Echt voll. Wichs ins Feuer. Was machst du mit mir? Ja, in die Kuschel... Ins Kuschelzimmer. Und jetzt der Genusswurzel. Hahaha. 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 Und ja, wir haben schon ein paar Schafe gefunden. Hahaha. Hahaha. Hm. Okay. Kennst du die Map noch nicht so gut, oder was? Nee. Also ich bin schon ein Stück rumgeflogen, also das meiste, glaube ich, was wir momentan haben, ist chronischer Ölmangel. Das Problem ist, wir kommen noch nicht in die Wüste, ne? Hm, ich glaub, da hat mir mal jemand gesagt, da gibt's so'n Trick. Kannst, ähm, mittlerweile durch, äh, äh, das, äh, durch die Mauer hindurchfliegen. Okay. Hat mir letztens, äh, ähm, Black Exodia gezeigt. Okay. Kannst durch die Mauer hindurchfliegen, zur Wüste hin. Oder ist das nur eine Anzeige, bis dahin ist es gesiedelt? Ja, eigentlich nicht. Normalerweise kommst du da nicht durch. Normalerweise. Hm. So, er hat's, äh, so gezeigt, dass er da durchkommt. Okay. Achso, genau. So, jetzt werden wir mal, äh, die Karte gleich mal ein bisschen boosten. Aktuell willst du boosten? Hm. Oder anbusten? Boosten? Aber jetzt muss ich mal den Schrank anbäumen. Brauche ich erstmal ein paar Sachen. Da drüben. Im Schrank. Dann räumschrank ein. Leider, leider kann man da die Dinger nicht drüber porten. In den Schrank. Aber da ich ja sowieso für oben auf, fürs Dach noch, ein paar Bauteile brauche, würde es dann ein Level ziemlich schnell hoch schnalzen. Ja. Warum nicht, ne? Oh. Achso, warte mal einen Moment, wo ist er denn? Hier ist er. Hier ist er. Müsste ja noch Steine drin sein, oder? Ja. 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 Du verstehen, was mit Buusken gemeint ist? Ja, ich schon lange habe ich auch gekriegt, wo ich bei Tienchen auf dem Server war, da hast du jetzt gleich mal guten Schwung an Level drauf.